ich glaube diese runde die wird unentschieden ausgehen sei denn du läufst mir jetzt noch so überraschend vor die flinte überraschung mission success schon wieder verloren aber wir haben beide verloren ach so interessant ich habe gewonnen steht bei mir hier in echt ja ach so ja weil das jetzt vorbei ist einfach ja ja frag mich nicht warum ist das vorbei ist und die map war cool ne ja ich habe endlich mal gesiegt ja herzlichen Glückwunsch sehr geschön kann ich mir aber nichts verkaufen hier die nächste kommt jetzt so ihr ready ja auch fett aus ja machen wir kurz ein cut würde ich sagen was ist das jetzt wieder deathmatch einfach ja sieht so aus naja habe ich so eingestellt und wer habe ich eben gespielt glaube ich ja die habe ich gespielt sollte mir rein theoretischen vorteil verschaffen hast du dich gerade selbst umgebrochen ich hatte eine granate in der hand wollte eigentlich über den container werfen da kamst du mir entgegen und ich konnte nichts machen du hast wahrscheinlich nicht einen schlag abbekommen oder vielleicht durch die granate ich habe nichts abbekommen hast du ich bin eigentlich auch immer noch die map am abchecken gerade ist relativ klein und übersichtlich nicht so schön findest du nicht ich auch sehr mit diesem hochgekrempelten hosenbein das ist ein alter so gay junge ist nicht dein ernst ich kann nicht zielen ich habe alles an dir vorbeigezogen fast so geht es mir aber auch die ganze zeit einfach so schlecht man ich bin so echt hart daisy geschädigt ich gucke mal auf dem boden nach loot und so n scheiß was sind die physikalischen die physikalischen die physischen nebenwirkungen von daisy ich sollte vielleicht aufhören den bauch zu schießen und den mann headshot verpassen du stand sogar am rücken zu mir ich knall dir einfach so drei in den bauch also hast du mich aber nicht getroffen was ich hab dir mindestens drei schuss in den bauch getroffen jetzt hab ich aber äh 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 alter 1 2 mal getroffen das ist doch nicht dein ernst alter hast du einen leitungsvorteil das kann doch nicht sein nö hab ich nicht kann nicht sein welcher ich habe mich aber nicht gesehen ich habe erst von oben geschossen ja das habe ich gesehen und dann hat es irgendwie da nochmal geguckt anscheinend krass das feuer hatte mir voll viel leben abgezogen wie das? hat sie das leben ab? ja bin ich da durchgelaufen anscheinend ich glaube es hätte gereicht wenn du mir einen fuß geschossen hättest oh fuck 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 der entverkackt er spawntet scheiße scheiße ich hatte auch nur noch 19 hp scheiße ich habe mich gerade selber gekillt das habe ich nicht angezeigt das habe ich nicht angezeigt nicht? ja bei mir steht DDR mann is killz den DDR mann is with grenade weißt du warum ich mich selber gekillt habe? bist du da oben ne? weil ich nach rechts geguckt habe während weil ich dich gesehen habe und dann schnell nach rechts geguckt habe und genau in dem Moment die Granate gespissen habe das war so voll dumm ich schieße nur daneben ne? ist so krass ich bewege mich da auf ich bewege mich da auf ich kam von hell ich kam von hell ist so junge Was? Ah, ich bin auch noch, ich bin, weißt du, ich bin hinter die Wand und lauf einfach ohne Grund wieder raus in deine Schüsse rein und wieder hinter die Wand, ohne einen Schuss abzugeben, weißt du? Das ist total dumm, Alter, vor allem die Panikreaktion. Weißt du, jetzt habe ich zum Beispiel nicht einen abbekommen. Alright, gib mir ein bisschen Energie. Hast du deine M4 nicht modifiziert? Doch, mit einem Visier und das ist das Einzige. Der ganze Zusatzscheiß geht mir meistens immer noch auf den Sack. Ich kaufe mir gleich mal eine neue Waffe. Hey, wie kannst du mir denn Headshot geben, wenn ich nach links gehe? Das geht doch gar nicht. Ja, das Spiel ist ein bisschen buggy. Okay, oder der eine Waffe hat hart verzogen, das muss natürlich auch sein. Ja, kann auch sein, was durchaus möglich ist. Ey, Alter, das war locker ein Headshot. Ich sehe sogar noch genau in meine Schussrichtung die Einschusslöcher, Mann. Das kann doch gar nicht sein. Ja, krass. Ey, fahr weiter. Boah. Du bist auch gut weggeflogen gerade. Defitiv, Junge, definitiv. I came from hell. Und du bist auch gut weggeflogen. Super. um. Vielen Dank. Wie wir es schaffen, auf so einer kleinen Map miteinander vorbeizulaufen, das verstehe ich auch nicht. So ist mir auch unbegreiflich. Das ist wieder so eine Runde, wo wir nur im Kreis umeinander rumlatschen wahrscheinlich. Aber kann ja nicht schaden. Das ist eine Bewegung, tut er gut. Wenn er eine Lucky Hedge hat, Mann. Durchs Gitter durch. Er hat ein Schnauze. Irgendwann muss sein. Oh, fuck you. I came back here. All right. Okay. 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 Vielen Dank. Das kann doch nicht wahr sein. Wo chillst denn du, Alter? Ich bin hier voll unterwegs die ganze Zeit. Herzinfarkt, Alter. Natürlich genau im falschen Moment umgedreht. All right, gib mir etwas zu essen. All right. Alter, wie oft muss ich denn noch auf dich schießen, Junge? Was ist das denn für eine Verarsche? Ich hab dir am Anfang gesagt, Headshot. Ich stand hinter dir und hab dir einen gezielten Headshot gegeben, Junge. Ich hab zwar nicht mehr viel HP jetzt, aber... Haha, wie nice. Was für eine Verarsche, Junge. Wie oft ich in dich reingeholzt habe einfach. Es ist so lächerlich. Ey, Junge. Wenn du mich erfülltest, ne? Ich wollte schon sagen. Ich hab noch 1% Leben, Alter. Okay, das ist krass. Das ist einfach ultra peinlich. Ja, komm. Das war jetzt auch nicht verwunderlich. Ach, fuck you, Alter. Bufu, buy us, fuck you. Ich hab Bock mal wieder Hau High zu gucken, Alter. Weiß ich eigentlich auch. Alter. Hau ich die ganze Zeit auf den Kopf. Kommt, keine Ahnung, und ich geb dir einen. Kommt nix an da. Komm mal ran da. I'm in position. Oh, fuck. Immer ran da, denn sie will ja. Lass mich ran da, denn sie will ja. Oh, hell. Ja. Ey, Junge. Alter, hast du gesehen, Junge? Ey. Das ist manchmal echt lächerlich, Junge. Scheiße. Tatsache. Das ist echt lächerlich. Ja, Junge. Scheiß Bordenschutz. I came from hell. Na okay, komm krass. Du hast dich, weißt du, ich falle um und in dem Moment drehst du dich erst um und schießt auf mich. Es ist total lächerlich. Dann hast du einen scheiß Ping anscheinend. Kann nicht sein, Junge. Mein Ping ist ultra. Doch, Platzgarten, er hat hier vor einen Ping. Ja, scheiße. Hätte ich Facebook vorher so ausmachen sollen, aber jetzt ist zu spät. Aber wir haben beide so einen roten Ping irgendwie. Ja, irgendwie ist dieses Spiel nicht zum Online-Spielen gedacht. Hahaha. Ein Online-Spiel, was nicht zum Online-Spielen gedacht ist, Alter. Ja, vielleicht. Es ist doch reulich. Kannst du ja auch nicht sagen. Ja, okay, jetzt war ich auch schon hinter der Wand und war tot. Hahaha. Ja, das habe ich halt voll oft. Wir haben jetzt auf einmal echt beide so einen vollen Scheiß Ping. Ich schleiche jetzt auch nicht mehr. Ich laufe jetzt einfach nur noch. Ich mache es nur ran auf Gemetzel. Natürlich. Sagt er und starb. Oh, wie du fliegst, Alter. Ja, das ist irgendwie auch so, wenn ich nicht stirb. Ey, so lächerlich. Das ist echt richtig lächerlich, wird es langsam, ne? Ohne Scheiß. Krass, Mann. Ey, das waren locker sechs Headshots oder so. Ohne Scheiß, Alter. Ist immer die Frage, aus welcher Tür du bekommst, ist das so scheiße. Scheiß Dreck. Ich will nicht sterben, Mann. Die Bösen gewinnen doch immer. 53% dressed. Hey warum man, das kann doch gar nicht sein, das kann doch gar nicht sein, man. Just take a look behind you. Wer schreibt mir gerade fest, geil. Ja mir hat auch gerade der ganze Zeit jemand geschrieben. Aber ich bin nicht willens zu antworten. Ich auch nicht. Dann lass es. Jetzt ist nicht dein Ernst Peter, du bist die ganze Zeit von mir her gelaufen. Ich hab dich nicht mehr gefunden. Ja ich hab dich auch da unten gesehen, dann bin ich die Treppe runter. Ich hab dich weitergegangen und hab schon gezielt bevor du überhaupt rausgekommen bist. Also du hast von Anfang an keine Chance. Du dachtest wahrscheinlich ich hätte dich nicht gesehen und hast mich auf das gleiche Shooter genommen. Ja. So ist das aber nicht. Das ist immer ein bisschen komplizierter als man sich das vorstellt. Scheiße. Scheiße. Ich hab grad an der hoch geguckt und da warst du nicht. Jetzt siehst du mich. Ja. So kurzer Cut. Ja kurzer Cut. Ja kurzer Cut. Papa heute kippen. Mädchen und Jungen wir sehen uns gleich. Gleich. Tschüss. Tschüss.